wenn ich jetzt damit noch mal versuche snap zu spielen ein controller ist verbunden ach guck mal jetzt habe ich jetzt habe ich das doch ich will meine finger nicht brechen jetzt müssen wir noch mal snap probieren ich würde gerne snap spielen aber ich hätte auch gern einen controller mit dem ich irgendwann treffe meine konsole ärgert mich aber ich glaube ich krieg es jetzt hin und können jetzt start drücken ich meine ist das da unten weg das ist normal meine switch ärgert mich immer ich glaube ich da ist so ein kleiner kobold drin der muss mich immer ein bisschen ärgern so neuer besuch wir haben nicht viel gereicht gemacht aber ich würde gerne weiterspielen ok wir gehen noch mal an die beach mal gucken was man jetzt weiß vielleicht kriegen wir da ein bisschen was ich weiß nicht ich glaube wir haben erstmal alle pokémon fotografiert die wir können mein name immer noch kacke aber ich breche mir wenigstens nicht mehr die finger war hier nicht nur ein laptop aus nein ich bin ja nur ein laptop aus Wohl auch nicht, da ist es hier, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es, mit dir kann ich auch nicht gegen machen. Komm, komm her, schrei mich an! Ah, nein, jetzt fährst du, äh ja, wie gesagt, mein Amy ist komplett kacke. Ach, viel zu häufig, komm, du kommst da jetzt raus. Ohne Labrass kommt auf die Arme an. Wie schöne Fotos ich machen kann. Und das Labrass sich erwischt. Nein! Komm, ich bin hier direkt getroffen. Oh, da hat Labrass wieder verpasst. Eins hab ich auf jeden Fall. Oh, da sitzt du am Wasser. Wie bin ich hierher gekommen? Vielleicht, dass Tops fliegen kann. Unfähr. Oh, das ist so. 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 Vielleicht hätte ich mir das Suchstellen doch nicht machen sollen. Egal. Ich gewöhn mich jetzt da dran. Jerome ist halt auch hart, hart, kantig. Ist halt auch ein N64-Spiel, was erwarte ich. Aber ich hab nichts Neues. Aber wir haben noch Pikachu. Aber mein Kack, das Pikachu toppt so schnell nix. Psst! Psst! Guteack. 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 Es hat auch noch ein Lötchenchengekucki mit meinen Händen. Trinken. Guteack. Wo? Na, lol? Das war besser. Also es war halt in der Mitte. In der Mitte macht halt echt vieles. Direkt mit der Verdoppelung der Punkte. Boah, das hat richtig gerissen, das erste Bild. Ey, es gibt keinen Unterschied, sag ich. Oh, es war wenigstens in der Mitte. Okay, dann ist doch ein Unterschied. Ja, das neue ist minimal besser. Das ist einfach dasselbe Bild. So ein bisschen versetzt. Ah! Oh, da steht's. Ich sollte vielleicht auch mal lesen. Ich brauche noch ein paar mehr Punkte. Dann krieg ich einen Apfel! Okay, ab in den Tunnel. Jetzt müssen wir Punkte sammeln. Anstrengend. Kommt die Kamera nicht so weit runter. Das ist nicht glücklich. Das ist gar nicht glücklich. Ein Kokona könnte Punkte geben. Wo landet das? Na, landet hier hinten irgendwo. Aber ich glaub, es gibt Platz zu bringen, mehr Punkte, weil's ja irgendwas getan hat. Ich glaub, wir haben eher einen kleinen Mangel an Items, wenn wir jetzt angefangen haben. Mal kurz die Wanken drauf gehen. Ich krieg jetzt das Zubat. Yes! Ich hab's Zubat! Es hat gesagt, dass es ein Zubat ist. Also war's in der Mitte. Nein, ich hab Pikachu! Nein, oh Mist! Ich krieg's einfach nicht hin! Ich krieg's nicht fotografiert. Das wären auch schon mal Punkte, weil ich so gar nicht hab. Das war eigentlich schon ein bisschen fosch. Schaut mal gucken, was das wird. So ein bisschen. Was könnte das werden? Das müssen wir dann später suchen. Die haben sich schon direkt verbunden. Hä, vielleicht fällt die Richtung noch zu deinem anderen Pumpel da. Das ist zufällig auch das Magnetil- Ne, Magneton. Wieso bring ich immer durcheinander? Die Namen sind so ähnlich. Back to the lab. Wenn das nur hinführt. Ich werd auf jeden Fall nochmal hier hingehen, wenn's jetzt nicht reicht, für Dictri. Der gibt nochmal Punkte, wenn wir ihn noch gar nicht haben. Das sieht so unzufrieden aus mit sich und der Welt. Das sieht so unzufrieden aus mit sich und der Welt. Yes! Rotierst du? Rotierst du mit einer Route? Ich glaube, der ist da. Hallo, hier. Oh, das ist ein bisschen besser. Oh, das war in der Mitte. Neben dem E-W-Säuler war das in der Mitte. Oh, wir kriegen auch gut Punkte. Wird nicht mitgerechnet, wie viele wir tatsächlich gekriegt haben? You were close. Achso. Oh. Oh, ernsthaft? 83 Punkte mehr. Okay, jetzt ist egal. Und dann werden wir noch gucken, ob ich Dictri kriege. Yes! So, ich muss leider weitermachen. Ach, Lola sei schon nackst. Ich war halt ganz durcheinander mit den Namen. Okay, jetzt hab ich das. Nochmal, 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 nein, 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 nein. Das ist doch fast. Manchmal hat es erreicht einen auch komplett das Ding, weil da irgendwie eine Kurve geht. Oh, Kappado, der habe ich ganz verpeilt. Du bist ja auch noch hier. Das Kappado habe ich noch gar nicht fotografiert. Ist sowieso abgelehnt von anderen Sachen. Yes. Jetzt krieg dich! Komm! Geht doch! Habe ich das einzelne Ding da fotografiert, was da hoch war? Jetzt habe ich es. Jetzt kriege ich auf jeden Fall die Punkte. Das ist so. Das ist echt cooles Bild. Das ist sehr, sehr lustig, das Bild. 40 Punkte mehr. Das kriege ich auf jeden Fall mit dir. So, wir haben das Kappado auch komplett ignoriert. Ich hatte nicht im Kopf, dass da ein Kappado ist. Das muss jetzt aber besser sein. Wo ist das? Das ist nicht in der Mitte! Das andere aber schon. Was soll das? Warum ist das linke in der Mitte? Aber das rechte nicht. Das rechte ist doch mehr Mitte wie sonst. Wie das linke? Was soll denn das? Ich fühle mich verarscht. Das war... Ey, jetzt war das auch nicht in der Mitte. Aber ich krieg jetzt mal einen Apfel! Welcome back! Yay! Wie ist diese Apfel geformte Frucht? Ich hab's jetzt mal schnell weggeklickt. Okay, wir nehmen Ihnen Apfel geformte Frucht und werfen Sie Apfel geformte Frucht und werfen Sie Sachen an den Kopf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.